Herzlich Willkommen zurück zu Just Cause 3. Ich weiß, ich hab ein bisschen dumm angesetzt wieder. Aber, das ist mir egal. Ich muss jetzt erstmal... Ich musste hier nochmal neu ansetzen. So, wo war das jetzt? Ach, ich glaub, wir in die Gegensatzseuchtung. Ein Dach. Na komm. Boah. Boah. Spannende Musik Spannende Musik Irgendwas fehlt hier noch. Verdammt ist das heiß. Ja komm. Ach, da unten. Ah, Mann. Ach, da. Und wieder eine Basis, die uns gehört. Was für eine Geburt. Löscht bitte mal die Feuer. Hallo Bürger. Unser wohltätiger Anführer hat beschlossen, die Inselbasis Le Toutor abzureißen und dort ein Luxusurlaubsressort zu errichten. Großartig, so viele aufregende neue Projekte in unserem schönen Land zu sehen, oder nicht? Ja, ja, klar. So. Le Tour wurde befreit. Gut. Dann könnte ich ja mal in den Hubschrauber einsteigen. Hey, kriege ich ein Autogramm? Vielleicht später. Oder ein Fandemsprung? Wir geben uns mal zum nächsten Punkt. Und zwar hier, glaube ich. Ja. Ah, ist doch schön, ey. Weihnacht. Mit. Meichi bei Nacht. Wunderschön. Schiafau Süd. Nicht Süd, sondern Süd. Sollen wir so nett sein? Ja komm, wir sind mal so nett. Wir reißen direkt mal die nächste Basis ein. Kommuniziert jetzt mal, ihr Mistkerle. Aus sicherer Entfernung. Mein Riegel noch zerstören. So. Radar-Törme sind zerstört. Was gibt denn noch hier zu zerstören? Mal überlegen. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Achtung! Luftangriff steht bevor. Du fliegst sie rein, ich schieße sie ab. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Wow. Nein! Warum bin ich jetzt gestorben? Ah, verdammt, ich bin gestorben. Nein! Hallo! It's showtime! Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher! Wow. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. AUSSCH! Verdammt! Ja, ihr habt's geschafft, ihr habt gewonnen. Und ich bin zu Boden gegangen. Gratuliere euch. Hoffe, ihr seid stolz auf euch. Alle Einheiten, klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Ja, komm, 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 komm. Jawohl. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm, komm, komm. So. Volltreffer. Nichts von Wert. Lala. Und wenn ihr nichts dagegen habt, rufe ich mal die Rebellen. Und wenn ihr die Rebellen habt, UNTERTITELUNG Sooo Sooo Ahh So Weit sie ab der Batterie Da So So Weg mit dem Doppler Radar So Überhaupt gar keiner Wie gut Da wollen wir mal nach oben Hihihihi Warum kommen die Rebellen nicht? Warum müssen sie hier alles alleine machen? Voll Voll fies und so 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 Mitten im Feuer drinnen stehen. Das kotzt mich schon. Die sind dort, offenbar. Oh, wo ist das? Ah, da sind sie. Ah, da sind sie. Ah, da sind sie. Ah, da sind sie. Ah, die Basis gehört uns. Und das Kapitul meldet sich wieder mal. Seid gegrüßt, Bürger. Vigilator Sud war nicht wirklich schön, oder? Unser geliebter General sah das auch so. Deswegen wurde es komplett entfernt. Naja, zum größten Teil. Selbstverbesserung ist das Zauberwort. Und wir nehmen es ernst. Die Rechte von Promis im Urlaub hingegen weniger. Viva Medici. Oh. So. So. Moment. Ich will das noch richtig korrigieren hier. Na also, geht doch. Und jetzt gehört uns wieder eine Basis. Cool. Haha. Wir machen uns ja richtig langsam. Das finde ich richtig cool. Schokonaut. Aber ist das wohl unser nächstes Ziel hier? Wegpunkt setzen. Und ich sage, ich beende die Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.